Heute sehen wir uns ein paar Plugins von Visual Studio Code an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Plugins von Visual Studio Code und die werden wir uns heute ansehen. Wenn ihr selbst ein paar Plugins habt, die ich vielleicht nicht aufgezählt habe, die ihr aber wirklich cool findet, dann schreibt ihr einfach mal unten in die Videokommentare. Ich verlinke die gerne nach oben oder schreibe sie mitten in die Videobeschreibung rein. Ansonsten, wenn ihr wie gesagt Fragen, Probleme oder sowas habt, einfach mal den Discord-Community-Server anklicken, der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Joined einfach der Community, stellt eure Fragen, beantwortet Fragen. Das Ganze ist kostenlos und macht viel Spaß. Deswegen schaut einfach mal vorbei und ansonsten legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, dieses Plugin nutze ich selbst eigentlich gar nicht, also sehr, sehr selten und es handelt davon, dass man einen Live-Server hat. Das Ganze ist relativ simpel. Ihr habt einen Index-HTML, zum Beispiel habt ihr eine komplette Entwicklungsumgebung, also einfach einen Ordner mit einer Index-HTML drin. Dort habe ich jetzt mal schon ein bisschen Dummy-Code reingeschrieben und wenn ich hier auf Go Live drücke, ich unten diesen Button, er haltet ihr, wenn ihr das Plugin installiert habt. Ich drücke hier drauf, er startet einen Server und in dem Moment öffnet sich ein Browser-Fenster, wie hier zum Beispiel eine Index-HTML. Und wenn ich die jetzt einfach sehe, ist da nichts drin. Wenn ich jetzt hier in meiner H1 sowas reinschreibe, ich das Ganze mit STRG-S speichere und noch einmal diese schöne Seite öffne. Seht ihr, hier oben steht ASD drin. Das Ganze ist Live-Refresh, was heißt in dem Moment, wo ihr das hier abspeichert, startet er das Ganze neu. Allerdings muss ich, wie ich schon zu Beginn sagen, ich nutze dieses Plugin nicht. Das hat die Gründe, dass einfach viele Tools mittlerweile selbst Development-Server eingebaut haben. Und auch die Entwicklungsumgebung, die ich in einigen Videos, also das kommt noch down the road, werde ich eine neue Entwicklungsumgebung 2019 vorstellen. Dort wird auch eine Live-Version, ein Live-Refresh wieder eingebaut sein. Das heißt, ich persönlich brauche dieses Plugin nicht, aber für den einen oder anderen mag es ganz praktisch sein. Deswegen schaut einfach mal vorbei. So, NPM kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich nutze es regelmäßig in meinen Videos. Es ist ein Packet-Manager und es gibt ein Plugin für Visual Studio Code. Das ist sehr, sehr praktisch. Und zwar ermöglicht es euch, wenn ihr das installiert habt, in einer Package-JSON direkt zu sehen, wann Probleme auftauchen. Was heißt, sind meine ganzen Tools, meine ganzen Dependencies noch korrekt? Was heißt, gibt es irgendwo Probleme, gibt es Bugs, sind irgendwelche Versionierungen invalid oder so etwas? Das wird euch dann direkt angezeigt. Das andere, was ihr machen könnt, ist mit STRG-Umschalt-P in der Command-Konsole könnt ihr NPM eingeben und dann hier oben direkt bestimmte Befehle ausrufen. Und zwar mehr oder weniger alle, die in eurer Package-JSON festgelegt sind, aber natürlich auch einfach die Standardbefehle. Was heißt, jeder, der von euch NPM nutzt, sollte es definitiv einfach mal installieren. Einfach, es hilft so ein paar kleine Features oder es hat so ein paar kleine Features, die einem einfach helfen. Deswegen kann ich es, wie gesagt, nur empfehlen. Und deswegen sollte es eigentlich jeder meiner Meinung nach in seinem Visual Studio Code installiert haben. So, alle, die diesen Channel schon etwas länger verfolgen, kennen dieses Plugin noch. Es heißt To-Do-Highlight und es ist sehr, sehr praktisch. Man kann damit mich einfach in Kommentare bestimmte Worte highlighten. Zum Beispiel, wenn ich hier eine JavaScript-Datei habe, mache ich zweimal Slash, schreibe To-Do, Doppelpunkt und das Ganze wird gehighlighted in einer bestimmten Farbe. Das funktioniert standardmäßig auch zum Beispiel mit Fixed Me, ebenfalls in einer bestimmten Farbe. Aber das Schöne ist, was dieses Plugin ermöglicht, ihr könnt komplett eigene Wörter festlegen mit einigen Farben und so weiter. Das Ganze könnt ihr einfach hier unten in der Settings-Jasen machen. Was genau ihr machen müsst, ist hier genau erklärt. Das heißt, ihr geht einfach unter Preferences, Settings, aufrufen, könnt da eure Worte eingeben und könnt dann zum Beispiel auch so etwas machen wie Max Mustermann. Und das Ganze wird dann auch gehighlighted, wenn man bestimmte User in einem Repository, Kollegen oder so an, taggen möchte. Dann finde ich das sehr praktisch und es hilft einem einfach, so ein bisschen mehr Überblick zu behalten. Dieses Plugin kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch und zwar kommt es aus Brackets. Brackets ist wie Visual Studio Code auch ein Editor und jemand hat diese Funktion schlicht und ergreifend dort kopiert. Aber sie ist sehr, sehr praktisch und ich finde sie auch sehr gut. Und nutze sie noch nicht sonderlich lange, weil ich gar nicht wusste, dass dieses Plugin auf Visual Studio Code vorhanden ist. Und zwar, wenn ihr so etwas macht, wie ich habe hier eine Function, habe dann hier gelbe Klammern, mache geschweifte Klammern auf. Ups, ist dann ebenfalls gelb. Hier drin habe ich jetzt eventuell eine zweite Function, warum auch immer. Und ihr seht, die verändern die Farbe. Was heißt, ihr könnt eindeutiger differenzieren, wo euer Code aufhört, eine bestimmte Funktion und wo eine andere Funktion weitergeht. Und das Ganze ist offensichtlich sehr praktisch und hilft euch, euren Code übersichtlicher zu gestalten. Deswegen installiert sie. Sie schadet quasi nicht, sofern man nicht irgendwie Probleme mit verschiedenen Farben hat. So, diese Extension hat mir schon viel Arbeit erspart und zwar nutze ich halt regelmäßig meinen Laptop und meinen Rechner. Und ich möchte, dass Visual Studio Code und alle Plugins, alle Einstellungen, soweit auf beiden Geräten exakt identisch sind, weil es mich sonst tierisch nervt, wenn ich nicht exakt dieselbe Entwicklungsumgebung habe. Und das erspart einem das ganze Einrichten zu Beginn eines neuen Rechners oder ein neues Gerät und so weiter. Und es synchronisiert permanent alles. Was heißt, wenn ihr das installiert habt, drückt ihr Steuerung, Umschalt und U. Daraufhin sollte sich das öffnen. Das sollte sich aber auch öffnen, wenn ihr einfach Visual Studio Code neu startet. Dann klickt hier unten auf dieses kleine Zeichen. Ihr möchtet das in Zukunft ja nicht andauernd sehen. Und klickt hier auf Login with GitHub. In dem Moment fragt ihr euch, möchtet ihr den Link wirklich öffnen? Ja, wollen wir. Und in dem Moment werdet ihr auf GitHub eingeloggt und erstellt einen neuen sogenannten Geist oder GIST oder wie man das nennt. Bei mir war das schon, ich war schon eingeloggt. Sonst kommt hier das GitHub-Login-Fenster. Da müsstet ihr euch einmal anmelden, weil das über euer GitHub-Account läuft. Und in dem Moment seht ihr schon hier, und zwar wird ein Cloud-Settings-GIST, hier oben seht ihr es auch nochmal, dieses GIST, erstellt. Und wenn man da jetzt hier drauf drückt, dann wird das einmal synchronisiert. In dem Moment wird das gerade im Hintergrund schon gemacht. Und hier haben wir gerade den Output bekommen. Und hier seht ihr im Prinzip alles, was hochgeladen wurde. Und zwar steht hier einmal alle Extensions, die hinzugefügt wurden. Dann ob irgendwelche speziellen Files vorhanden sind. Also beispielsweise irgendwelche wichtigen Dokumente, die ihr einfach gespeichert habt. Oder auch eure gesamten Einstellungen im Visual Studio Code selbst. Die werden jetzt mehr oder weniger einfach synchronisiert. Ihr könnt das mit halt SHIFT, ALT und U einfach permanent machen. Dann wird hier hinten im Prinzip gefragt. Ihr fragt jetzt, willst du das wirklich machen? Ist dasselbe, was da schon liegt? Da könnte man das jetzt forcen, wenn man will. Wollen wir jetzt nicht. Was heißt, ihr könnt es einfach hochladen. Und hier unten findet ihr alle weiteren Befehle, die es gibt. Was heißt, ihr könnt Download. Das ist dann SHIFT, ALT und D. Damit könnt ihr eure Settings downloaden. Wenn ihr nur dieses eine Plugin installiert habt, werden dann alle anderen wieder installiert. Und man kann auch hier Auto-Download und Auto-Upload, wenn man das zum Beispiel startet, also Visual Studio Code startet, dass sich automatisch alles runterlädt und so weiter. Was heißt, das könnt ihr hier einfach über die Settings machen. Wir rufen dazu jetzt einfach über die Kommando-Konsole einfach hier Sync und Download Settings könnten wir hier machen beispielsweise. Oder wir sagen jetzt hier Advanced Options und sagen hier Umschalten, automatisches Hochladen beim Ändern der Einstellungen. Das heißt, das wollen wir auf jeden Fall. Und wir wollen aber auch Advanced Options und zwar automatisches Herunterladen beim Starten des Programms. Das sollen wir beides aktiviert haben und jetzt jedes Mal, wenn wir etwas ändern, lädt er es automatisch hoch und wenn wir unser Programm starten und beispielsweise am Laptop etwas geändert haben, dann würde er es anpassen. Das heißt, ich finde es sehr, sehr praktisch, kann es jedem nur empfehlen, der mehrere Geräte hat. Es erspart einem einfach jede Menge Arbeit. So, JSint ist in jeder Entwicklungsumgebung, egal ob Visual Studio Code, ob Atom oder irgendein anderes Tool. In dem Moment, wo man mit JavaScript arbeitet, finde ich, gehört JSint absolut zu den Basics, die man sofort installieren sollte, wenn sie nicht standardmäßig unterstützt werden. Es gibt immer mehr Tools, vor allem teure Tools, die das einfach von Haus aus unterstützen. Wer JSint nicht kennt, es ist im Prinzip einfach ein Syntax-Highlighter, der permanent kontrolliert, ob es irgendwo Probleme mit eurem JavaScript-Code gibt. Das Ganze hat mir schon viele Sorgen gespart und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, zu installieren und im Hintergrund euch die Informationen, die dieses Tool bereitstellt, anzusehen. Ich, wie gesagt, finde es sehr, sehr, sehr praktisch und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Tool. Beim Color-Highlighter handelt es sich um eine Extension, die es auch für so gut wie jede Entwicklungsumgebung in irgendeiner Form gibt. Es gibt für Visual Studio Code selbst einige Dutzend, glaube ich, mittlerweile. Die können alle dasselbe und das ist sehr praktisch und zwar, wenn ihr in einer CSS, in einer Sass, in einer Less-Datei seid und ihr hier beispielsweise einfach eine Schriftfarbe festlegt und sagt, das Ganze ist jetzt orange, dann wird in dem Moment die Farbe orange gekennzeichnet und nicht nur das, das sieht man jetzt gerade nicht, deswegen muss ich es mal ein bisschen reinrücken. Hier in der Seite seht ihr diesen orangen Balken, das markiert euch in einer Datei auch, wo Farbe ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich habe hier Test, Klammer auf, Klammer zu und sage hier Color und sage hier beispielsweise Blue, dann wird das ebenfalls gehighlighted und ihr seht hier, aber Blue macht aber gar nicht das Ding, dann muss ich doch mal eine Farbe nehmen, die man weiß. Und ihr seht jetzt hier in meiner Scroll-Leiste wird am Rand auch angezeigt, dass hier eine Farbe ist und dass sie oben orange ist, was heißt, so kann man auch ein bisschen hin und her springen. Das Ganze finde ich sehr praktisch, wenn man große Sass-Dateien hat, wo alle Farben sowieso in einer Datei stehen, in der Datei so ein bisschen navigieren, dafür ist das ganz praktisch. Ansonsten ist aber auch einfach zu sehen, dass es die korrekte Farbe ist, einfach ein nettes Feature, was viel Zeit erspart und auch einfach ein paar Fehler ausmerzt, die es dann einfach nicht geben kann. Dieses Plugge nutze ich schon wirklich lange und ich kann es jedem nur empfehlen zu nutzen. Es schließt im Prinzip eure Tags standardmäßig automatisch und das finde ich persönlich sehr, sehr praktisch, wenn wir jetzt hier eine normale Index-HTML offen haben und wir hier einen normalen Div-Container schreiben, dann schließt sich diese automatisch dahinter. Dasselbe funktioniert auch beim Span oder einer H1. Ups, H1. Und auch wenn ich jetzt hier beispielsweise das rauslösche und einfach wieder hinmache, fügt das automatisch hinzu. Deswegen, also ich finde es sehr praktisch, um sehr schnell HTML-Code zu schreiben. Es ist ein ganz kleines Gimmick, es macht nicht viel, aber diese paar Sekunden, die man dadurch spart, finde ich, sind einfach angenehm und deswegen warum nicht nutzen. So, bei diesem Pluggein handelt es sich um ein Pluggein, das mehr oder weniger komplett im Hintergrund agiert. Ihr könnt es sehr stark customisen. Hier unten findet ihr alle wichtigen Infos dazu. Was heißt, wenn ihr euch da austoben wollt, könnt ihr euch da komplett austoben und so gut wie alles festlegen oder selbst konfigurieren. Das Wichtigste ist, finde ich persönlich, Autosave, wo steht es? Hier, im Prinzip Editor Autosave True. Das sollte man anmachen, weil dann speichert es automatisch ab. Ansonsten müsst ihr mit Shortcuts das Ganze formatieren. Aber was genau macht das eigentlich? Ich habe hier mal eine Standard-HTML-Seite, ganz bisschen. Der Code sieht schlimm aus und man könnte jetzt hingehen und das manuell formatieren. Wenn ich jetzt aber einfach STRG-S drücke, dann wird der Code automatisch schön formatiert oder zumindest das, was prettier als schön ansieht. Was heißt, ihr könnt euch da, wie gesagt, komplett austoben und es funktioniert in so gut wie allen größeren Systemen. Was heißt, man kann sich hier wirklich sehr stark austoben und das erspart einem einfach ein bisschen Arbeit. Und vor allem, wenn man in einer Firma arbeitet und mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, dann ist es praktisch, wenn man sich vorher auf so einen Syntax einigt und dann der Code automatisch immer korrekt sortiert wird. Auch wenn jemand vielleicht mal vergisst, das Einrücken richtig zu setzen oder zu viele Tabs bzw. zu wenig Tabs in seinem Editor einsetzt. So, die letzte Kategorie der Extensions, die ich euch jetzt zeigen möchte, hat nicht direkt eine wirkliche Extension als Grundlage, sondern es sind einfach Snippets. Und zwar habe ich zum Beispiel Angular-Snippet installiert, was mir einfach hilft, TypeScript oder Angular-Snippets mir direkt vorschlagen zu lassen. Aber ich habe auch sowas installiert, wie beispielsweise hier unten SAS, was einem ebenfalls ein bisschen Highlighting macht, aber auch Snippets vorschlägt. Oder hier unten auch für beispielsweise Nest.js und so weiter. Was heißt, es gibt für so gut wie jedes größere Framework Snippets. Es gibt auch eigentlich oft von den Herstellern selbst so Plugins für die größeren Editoren, wie Visual Studio Code, wie Atom und so weiter, wo einfach Snippets vorgefertigt werden. Was heißt, auch für beispielsweise React, für auch Vue und so weiter gibt es diese Snippet-Sammlungen. Und ich kann euch nur empfehlen, für die Frameworks, für die Tools, mit denen ihr arbeitet oder viel arbeitet, dazu die passenden Extensions zu installieren, wird euch eine Menge Arbeit ersparen und einfach alles ein bisschen einfacher machen, weil ihr nicht permanent in der Doku nachsehen müsst, sondern einfach ungefähr das Tipp, was ihr sucht. Und die Autocomplete wird dann im Hintergrund schon vorschlagen, das, was ihr eigentlich haben wollt. So, das war's für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Probleme, Kritik oder sowas habt, wisst ihr Bescheid. Unten in der Videobeschreibung, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, einfach mal vorbeischauen. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dann. Bistarzt. Und du epic. Und du 제일 образом geschaut. Tut zu unterschleiden, ihr wisst ihr Dos. 时adores. Best номัokes. Abschleiden. 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 Abschleiden.